Schon wenn ihr Anfang oder Mitte 20 seid, trefft ihr Entscheidungen. Entscheidungen über euren Beruf, euer Geld, die sich dann den Rest von eurem Leben auswirken. Und Fehlentscheidungen da haben einen ziemlich hohen Preis. Die können euch nämlich in eurem Leben dann mehrere tausend, wenn nicht sogar hunderttausend von Euro kosten. In dieser kleinen zweiteiligen Videoserie zeigen wir euch die Top 8 Finanzentscheidungen in eurem Leben und helfen euch natürlich, diese richtig zu treffen. Ich bin Saidi von Finanztipp. Es geht also um grundlegende und folgenreiche Finanzentscheidungen, die euch letztendlich von jung bis alt begleiten. Im ersten Teil unserer Videoserie, da geht es um Weichen, die ihr schon sehr früh stellt. Also zum Beispiel um die Frage, ob ihr eine Ausbildung macht oder zum Studieren geht und ob ihr euch ein eigenes Auto anschafft. Im zweiten Teil unserer Top 8 geht es dann um Entscheidungen, die zwar später im Leben kommen, die ihr aber unbedingt rechtzeitig treffen solltet. Nämlich zum Beispiel, welchen Berufsweg ihr später mal einschlagen wollt, mit welcher Altersvorsorge ihr beginnen wollt und ob ihr euch eine eigene Immobilie zulegen wollt oder nicht. Einer der größten Finanzfehler in unserem Leben ist es, dass wir uns oft selbst zu wenig zutrauen und deshalb zu oft auf andere hören. Und deshalb ist die erste Frage fast schon ein No-Brainer. Soll ich zu einem Finanzberater gehen oder soll ich meine Geldgeschichten lieber selbst regeln? Und da werden jetzt natürlich viele treue Zuschauer unseres Kanals mit den Augen rollen und sagen, hey, natürlich mache ich das selbst, schon allein deshalb, weil ein Finanzberater natürlich viel kostet. Aber wahrscheinlich sagt doch der eine oder andere von euch, hey, Moment mal, bei der Bank oder so, da ist doch so ein Beratungsgespräch kostenlos. Wie ist das eigentlich mit den Kosten? Naja, das Problem, gerade in Deutschland, ist natürlich, dass die Masse der Finanzberater da draußen eben provisionsabhängig bezahlt wird. Und das macht sie eben alles andere als unabhängig. Das klassische Beispiel für mich ist da immer die Entscheidung, ob ich in die private Krankenversicherung wechseln sollte oder in der gesetzlichen bleiben. Und das ist auch eine große Finanzentscheidung im Leben. Und da muss man einfach wissen, dass in der Regel ein Berater, der ja in Wirklichkeit ein Verkäufer ist, für eine private Krankenversicherung mehrere tausend Euro Provision kassieren kann. Und dagegen für eine gesetzliche Krankenversicherung so gut wie nichts. Und deshalb wird er wahrscheinlich etwas befangen sein und euch tendenziell zum Wechsel in die PKV raten. Das heißt, so eine vermeintlich kostenlose Beratung, da zahlt ihr doppelt einen Preis. Zum einen, wenn so eine Beratung zu einer Fehlentscheidung führt, zum Beispiel der Wechsel in die private Krankenversicherung, dann kostet euch das Geld. Und zum anderen kostet es auch tatsächlich nämlich Abschlusskosten, also die Provision, die euch von euren Einzahlungen abgezogen wird. Ein paar Beispiele für solche Abschlusskosten. Bei einer privaten Rentenversicherung für die Altersvorsorge, wenn ihr da 100 Euro im Monat einzahlt, über 30 Jahre, dann gehen in den ersten 5 Jahren ca. 900 Euro an Abschlusskosten weg. Im Wesentlichen für die Provision. Die werden von euren Beiträgen abgezogen. Bei einem Bausparvertrag, da sind die Abschlussgebühren so zwischen 1 und 1,6% der Bausparsumme. Das heißt, wenn ihr einen Bausparvertrag über 50.000 Euro zum Beispiel macht, dann können ruhig 800 Euro an den Berater gehen. Und bei der besagten privaten Krankenversicherung von vorhin, wenn ihr da 500 Euro im Monat einzahlt, dann betragen die Abschlusskosten typischerweise 9-Monatsbeiträge, also happige 4.500 Euro. Klar, die merkt ihr jetzt nicht, weil ihr sowieso 500 Euro einzahlt und das geht davon weg. Aber damit ihr mal wisst, in welcher Größenordnung da die Kosten liegen. Bemerkung an der Stelle. Natürlich kann es in eurem Leben vorkommen, dass ihr auf die ein oder andere Finanzfrage trefft, die ihr einfach nicht selbst entscheiden könnt oder entscheiden wollt. Dann solltet ihr euch, wenn es geht, Hilfe von einem Honorarberater holen, der eben für seine Beratung bezahlt wird und euch dann wirklich unabhängig helfen kann. Problem an der Stelle ist bloß, die Honorarberatung in Deutschland ist ziemlich unterentwickelt und so ein Honorarberater ist schwer zu finden. Auf Platz 7 geht es um die große Frage, Ausbildung oder Studium? Und zwar aus finanzieller Hinsicht. Was lohnt sich eigentlich mehr, eine Ausbildung zu machen oder zum Studieren zu gehen? Das variiert natürlich total nach Fachrichtung und Branche. Und für manche Berufe wie Arzt oder Anwalt, da braucht ihr sowieso ein Studium. Wir schauen uns für diesen Vergleich mal das Geschwisterpaar Hans und Grete an. Und zwar bringen die beiden eben die gleichen Voraussetzungen mit. Gleiches Elternhaus, gleicher Zugang zur Bildung, gleiche Schule, gleiche Abschlussabitur nämlich und beide verlassen die Schule mit 18. Grete möchte Bäckerin werden und deshalb beginnt sie eine Ausbildung, die drei Jahre dauert. Lehrjahre sind bekanntlich keine Herrenjahre. Und deshalb verdient sie im ersten Lehrjahr 700 Euro im Monat, im zweiten 800 Euro im Monat und im dritten 900 Euro. Und über die drei Jahre insgesamt zusammengerechnet, nach Steuern und Sozialabgaben, sind das netto dann 23.000 Euro, drei Jahre zusammen. Hans dagegen will Architekt werden und beginnt deshalb ein Studium. Erstmal ein Bachelor, der ja ebenfalls drei Jahre dauert. Selbst wenn sich Hans wie Grete jetzt einen Haufen Kosten spart, dadurch, dass er weiterhin zu Hause wohnt, also einen Haufen Lebenshaltungskosten, Essen und so weiter, kostet ihm das Studium mindestens schon mal 300 Euro im Monat. Also sowas wie Semesterbeitrag, Lernmaterial, Fahrtkosten und so weiter. Das heißt, Hans kostet das Studium im besten Fall mehr oder weniger über die ersten drei Jahre nur 11.000 Euro. Und zur Erinnerung, in den gleichen drei Jahren hat Grete 23.000 Euro netto verdient. Kurzer Hinweis an der Stelle, es kann natürlich sein, dass Hans für sein Studium BAföG erhält, abhängig vom Gehalt seiner Eltern. Und dadurch kann es sein, dass er gegenüber Grete finanziell nicht so stark ins Hintertreffen gerät. Dass BAföG zu beantragen immer eine gute Idee ist, das haben wir euch in diesem Video mal gezeigt. Jetzt geht es natürlich auf der finanziellen Seite darum, ob sich Hans' Entscheidung für ein Studium finanziell so stark lohnt, dass er so viel besser verdient, dass er die Kosten für sein Studium gegenüber Grete wieder reinholt. Dass er sie also langfristig quasi überholt. Mit anderen Worten, wie ist die Bildungsrendite von den beiden? Jetzt könnte das Einstiegsgehalt von Grete zum Beispiel bei relativ niedrigen 2.000 Euro im Monat nach ihrer Ausbildung liegen. Also 24.000 Euro brutto vor Steuern und Sozialabgaben. Und dagegen vielleicht bei Hans nach dem Studium dann bei 2.700 Euro brutto im Monat. Also 32.000 Euro im Jahr. Aber eigentlich kommt es darauf an, wie sich die Gehälter der beiden im Laufe ihres Lebens jetzt verändern, wie die sich entwickeln. Das Institut für Angewandte Wissenschaft in Tübingen hat sich den Berufsverlauf von 12.000 Personen im Alter von 16 bis 65 angeschaut und wie viel die da jeweils verdienen. Vom Ausbildungs- bzw. Berufseinstieg bis zur Rente. Und hier das Ergebnis. Die Nicht-Akademiker, also die kein Studium gemacht haben, die haben über ihr Leben ca. 1 Million Euro verdient. Vor Steuern, also brutto. Die Akademiker dagegen, also die mit Studium, die lagen dann bei 1,4 Millionen Euro brutto. Hier auf der Grafik seht ihr das mal im Überblick. Den gesamten Lebensabschnitt von vor allen Dingen 16 bis 65 und das kumulierte Lebenseinkommen. Da sieht man hinten raus natürlich den Vorsprung, den die Akademiker haben. 400.000 Euro vor den Nicht-Akademikern. Aber vorne sieht man auch ganz deutlich den Vorsprung, den die Nicht-Akademiker, also die eine Ausbildung gemacht haben, gegenüber den Studenten haben. Die ersten Jahre. Und diese ersten Jahre, da stehen ja auch viele Finanzentscheidungen an. Also wann fange ich mit meiner Altersvorsorge an und Familiengründung und sowas. Erst so ca. mit 35 im Durchschnitt fangen die Akademiker an, die Nicht-Akademiker zu überholen. Wenn ihr jetzt eine Ausbildung gemacht habt, sitzt ihr deswegen aber noch nicht in der Sackgasse. Denn ihr könnt ja noch was draufsetzen. Zum Beispiel Geräte, die möchte vielleicht einen Meister machen. Und in handwerklichen Berufen, wenn ihr da einen Meister oder einen Techniker draufsetzt, dann könnt ihr vom Einkommen, der Statistik her, fast mit Akademikern Schritt halten. Da ist kein großer Unterschied mehr. Und die kommen dann auch fast auf ein Lebenseinkommen von 1,4 Millionen. Wenn ihr hier auf die Grafik schaut, dann seht ihr, dass Meister und Techniker sogar fast über die gesamte Lebenszeit einen Vorsprung gegenüber den Akademikern haben. Und diesen Vorsprung machen die Akademiker dann erst so ungefähr mit 60 wett. Das Ganze ist natürlich ein Appell darin, dass ihr in eure Ausbildung und Bildung investieren sollt. Und wie wichtig das ist, das sieht man hier an der letzten Kurve, nämlich Personen ohne Abschluss. Die liegen natürlich finanziell deutlich hinter den anderen Gruppen. Und letztendlich ist eine gute Ausbildung natürlich auch immer eine gewisse Versicherung gegen das Risiko der Arbeitslosigkeit. Eine gute Ausbildung senkt die Wahrscheinlichkeit, dass ihr arbeitslos werdet. Auf Platz 6 sind wir bei einer typischen Entscheidung für Absolventen. Nach dem Abschluss direkt in den Beruf gehen oder erst mal ein Jahr im Ausland machen. Denn vielleicht mit einem Jahr im Ausland, da steigen ja die Karrierechancen, oder? Ja, nicht unbedingt. Laut einer Studie des HISS-Institutes aus Hannover ist es nicht zwangsläufig so, dass man mit Auslandserfahrung tatsächlich mehr verdient oder bessere Karrierechancen hat. Das ist erst mal eine gute Nachricht für all diejenigen von euch, die lieber zu Hause bleiben. Ein Jahr im Ausland kann aber was bringen, wenn ihr später natürlich international arbeiten wollt und wenn ihr im engeren Sinne im Wirtschaftsbereich bleibt. Denn da ist es schon so, dass Leute mit Auslandserfahrung fünf Jahre nach Abschluss, laut Studie, eher in einer Führungsposition sind. Aber natürlich geht es bei Auslandsaufenthalten nicht nur um den materiellen, sondern auch um den immateriellen Wert. Eine Studie der Universität Jena hat herausgefunden, dass Auslandsaufenthalte auch in jungen Jahren, also zum Beispiel bei einem Schüleraustausch, natürlich einen positiven Auswirkungen auf die Persönlichkeit haben. Zum Beispiel eine Stärkung des Selbstbewusstseins. Und das kann ja kaum schlechte Auswirkungen auf den späteren Berufsweg haben. Aber natürlich ist da trotzdem der finanzielle Aspekt eines solchen Auslandsaufenthaltes. Der kostet halt schlichtweg etwas, während ihr bei einem Berufseinstieg natürlich anfangt zu verdienen. Die Ergo-Versicherung hat sich mal die durchschnittlichen Kosten für diverse Länder bei einem Auslandsaufenthalt angeschaut. Relativ günstig wäre da zum Beispiel Argentinien mit durchschnittlich 925 Euro im Monat. Japan liegt schon deutlich teurer, durchschnittlich 1170 Euro im Monat. Darüber dann Großbritannien mit 1240 Euro im Monat. Und Spitzenreiter sind die USA und Neuseeland mit 1245 Euro. Jetzt rechnen wir das mal zusammen an dem Beispiel Japan. 1170 Euro im Monat, das sind im Jahr ca. 14.000 Euro Kosten für 12 Monate Auslandsaufenthalt. Und dazu kommen dann noch die Opportunitätskosten. Also wie viel Gehalt entgeht euch in der Zeit? Wenn wir jetzt wieder das Beispiel von Hans von vorhin nehmen, mit einem relativ moderaten Einkommen, dann wären das ca. 21.000 Euro netto, die Hans in dem einen Jahr verdienen würde. Also 14.000 Euro Kosten für den Auslandsaufenthalt plus 21.000 Euro entgangenes Gehalt macht ca. 35.000 Euro, die dieses eine Jahr Japan kostet. Das ist schon eine Menge Holz. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ja noch gar nicht garantiert ist, dass durch dieses eine Jahr im Ausland hinterher euer Gehalt wirklich höher liegt. Und deshalb unser Tipp. Wenn ihr ins Ausland wollt, dann macht das möglichst frühzeitig. Am besten noch während eurer Schulzeit oder während dem Studium. Denn dann kommt ihr auch für diverse Förderungen in Frage. Also Stipendien, Austauschprogramme, Auslands-BAföG und so weiter. Und viele dieser Förderungen gehen eben nicht mehr, wenn ihr den Abschluss schon gemacht habt. Und außerdem eben, wenn ihr den Abschluss schon gemacht habt, dann sind eure Opportunitätskosten, also das entgangene Gehalt, viel höher als während eurer Schul- oder Studiumszeit. Ein Auslandsjahr ist aber natürlich auch später während des Berufslebens noch möglich, nämlich als Sabbatical, als Sabbatjahr. Da habt ihr aber in aller Regel keinen Rechtsanspruch darauf. Also braucht ihr dafür erstmal einen verständnisvollen und unterstützenden Arbeitgeber. Finanziell gesehen ist so ein Sabbatjahr, so ein Sabbatical natürlich ein ziemlicher Hammer. Neben dem, dass eure Fixkosten, also Miete zum Beispiel oder Sozialversicherung natürlich weiterlaufen, müsst ihr unter anderem auch die Kosten für die Reise bestreiten. Eine Bloggerin, die berichtet zum Beispiel, dass sie in einem halben Sabbatical, also im halben Jahr, 15.000 Euro aufgewendet hat. Und ein anderer Fall in der FHZ, da war es eine vierköpfige Familie, die ein ganzes Jahr ins Ausland gegangen ist, für 35.000 Euro insgesamt. Und dabei ist noch nicht eingerechnet, wie viel denen jeweils an Gehalt entgangen ist in der Zeit. Auf Platz 5 unserer Top-Finanzentscheidungen im Leben ist dann eine Frage, die ihr wahrscheinlich relativ früh entscheiden müsst, aber auch mehrmals im Leben treffen müsst. Auto. Auto, ja oder nein? Und ja, da spielen natürlich nicht nur finanzielle Aspekte eine Rolle. Also die Frage ist natürlich, inwieweit ihr auf ein Auto auch angewiesen seid. Zum Beispiel, weil ihr vielleicht eine mangelhafte Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel habt. Weil ihr schlichtweg darauf angewiesen seid, auch mal schwere und sperrige Dinge zu transportieren. Oder bei Familien die Kinder zu transportieren. Aber mal abgesehen davon, ist finanziell gesehen ein Auto wahrscheinlich einer der größten Geldfresser, den wir so in unserem Alltag haben. Und da rede ich jetzt nicht von den Spritkosten oder Versicherungen und sowas, sondern vor allen Dingen natürlich vom Wertverlust und den Kosten für eine Leasing- oder Finanzierungsrate, falls ihr das gemacht habt. Bekanntermaßen liegt der Wertverlust bei Neuwagen in den ersten drei Jahren bei so ganz grob 50%. Der ADAC hat das mal runtergerechnet auf den Monat und kommt je nach Modell bei verschiedenen Modellen auf Wertverluste umgerechnet von 250 bis 500 Euro ungefähr pro Monat. Aber auch bei der Kompromisslösung, also wenn ihr einen Gebrauchtwagen kauft, sagen wir mal vier oder fünf Jahre alt, dann ist der Wertverlust zwar nicht mehr so schlimm, beträgt so circa fünf bis sechs Prozent, aber trotzdem immer noch beträchtlich. Wir haben das mal durchgerechnet für einen Golf 7. Neu Preis im Jahr 2015 21.500 Euro circa. Nach fünf Jahren Laufleistung pro Jahr 15.000 Kilometer ist der nur noch circa 9.500 Euro wert. Und der Punkt ist, das sind halt eben die unsichtbaren Kosten eines Autos, die wir gar nicht so richtig wahrnehmen. Dazu kommen natürlich noch die offensichtlichen sichtbaren, also Sprit, Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung und so weiter. Wichtig noch, wenn ihr in der Stadt wohnt und nicht so viel fahrt, also euer Auto nicht so oft braucht, dann könntet ihr wirklich darüber überlegen, ob ihr es nicht komplett abschafft und euch auf öffentliche Verkehrsmittel und Carsharing konzentriert. Das waren also die Plätze fünf bis acht unserer Top-8 Finanzentscheidungen im Leben. Im zweiten Teil unserer Videoserie, da geht es dann um Entscheidungen, die eben später im Leben kommen, aber durchaus noch mehr finanziell ausmachen. Freut euch schon mal drauf. Und inzwischen schreibt uns doch mal in die YouTube-Kommentare, wie ihr euch bei diesen Plätzen fünf bis acht selbst entschieden habt. Ich freue mich auf eure Kommentare und wenn ihr mir ein Like da lasst. Bis zum nächsten Mal und bis zu Teil 2, euer Saidi.